Das hier ist das NCB, wo sind die Gegner? Ich kann keinen finden, ich seh nur den da, der kann für mich keine Gefahr sein. Mach die Wahn frei, ach der, mach die Wahn frei. Das hier ist das NCB, wo sind die Gegner? Ich kann keinen finden, ich seh nur den da, der kann für mich keine Gefahr sein. Mach die Wahn frei, ach der, mach die Wahn frei. Du bist also der Tod, ich hab ja ganz krasse Angst, doch Detektor hindert nichts daran, dass du Bastard versagst. Um mir zu gewinnen, musst du Pimmel lecken, Spaß. Doch zum Pimmel lecken, nimm die Pringelfresse ab. Junge, deine Line zeigen leider keine Wirkung, hör mal auf mit Rap und bleib lieber bei den Synchros vor dir. Hab ich keine Angst, du milkiger Wichser, denn wer hat schon Angst vor den winzigen Strichen? Ey, nach diesem Battle bin ich Underdog wie ein Fressenab und du gerätst auf die schiefe Bahn wie ein Crack-Junk. Und da du weißt, dass du den Scheiß hier verlierst, wirkst du leicht deprimiert und da das keinen interessiert, schleppst du mit einer Maske ein paar Lines aufs Papier, die nicht punchen, des Halbwitzes mit Reimen kaschieren. Und da das alle feiern, was du Opfer so rappst, bist du stolz, jedes Kind feiert den Spongeboss-Effekt, Junge. Das hier ist das NCB, wo sind die Gegner? Ich kann keinen finden, ich seh nur den da, der kann für mich keine Gefahr sein. Mach die Bahn frei, ach der, mach die Bahn frei. Das hier ist das NCB, wo sind die Gegner? Ich kann keinen finden, ich seh nur den da, der kann für mich keine Gefahr sein. Mach die Bahn frei, ach der, mach die Bahn frei. Boah, du hast Reime, ist ja wirklich wunderbar, nur leider unbrauchbar, denn das ist nicht unnormal. Tyro, merk mal, dass du peinlich bist, ich mein, du brauchst ein paar, um zu sagen, dass die Maud scheiße ist. Die Aussage, mit Reimen in den Text gepackt und boom, hast du den nächsten 16er. Dein Einer-Track ist scheiße, rede, ist dir schöner Spaß, doch ich komm in deine Bude und zieh dir die Döner ab. Du musst sagen krasse Sachen da beim Waste-Over-Contest, doch erzähl mal was, du Sträuchter denn wolltest. Denn was da mal geht, ist du nicht gerade geil, Grund Nummer 1 dafür, dass ich dich wichs hab zerteilt. Grund Nummer 2, bei dir trifft keine Leine und Grund Nummer 3, du bist einfach nicht geil. Digga, du nennst Baus, diesen Spaß, die Clown, denk mal nach, wenn von euch hat hier ne Maske auf. Das hier ist das NCB, wo sind die Gegner? Ich kann keinen finden, ich seh nur den da, der kann für mich keine Gefahr sein. Mach die Bahn frei, achte, mach die Bahn frei. Das hier ist das NCB, wo sind die Gegner? Ich kann keinen finden, ich seh nur den da, der kann für mich keine Gefahr sein. Mach die Bahn frei, achte, mach die Bahn frei. Mach die Bahn frei. Mach die Bahn frei, achte, mach die Bahn frei. Mach die Bahn frei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.